Musik Das Rüttischiessen geht bis zurück in die Anfänge des Bundesstaates, der 1848 entstanden war. Der Ursprung liegt darin, dass es darum ging, die Innerschweizer Kantone, die ein gespaltenes Verhältnis zu diesem jungen Staat hatten, mit diesem zu versöhnen. Und zu diesem Zweck haben liberale Luzerner Schützen ihre Freunde aus der Urschweiz dazu eingeladen, jedes Jahr aufs Rückblick zu kommen, um hier den Bundesschwur von 1291 zu gedenken und gleichzeitig ein Schiessen zu veranstalten und damit einen Brückenschlag zwischen dem alten Staatenbund und dem neuen Bundesstaat zu schlagen und die Freundschaft und Geselligkeit zu pflegen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018